Ich wurde vom Peckluck in FIFA 19 verarscht, erniedrigt, für dumm verkauft und angespuckt. Aber heute ist der Tag, an der mein Peckluck wieder zurückkommt. Er wird nicht kommen. Yo, die Wurstquad, was geht ab? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, habe ich dieses Jahr noch nichts gezogen. Noch nichts. Und heute ist es wirklich an der Zeit, dass wir dieses Peckluck, dass wir dieses Peckluck heraufbeschwören. Und ich denke, es ist soweit. Ich denke, es ist soweit. Ihre Devise-Totz-Garantie-Packs müssen die Wände reinbringen. Ich habe es schon mal für euch vorbereitet, Jungs. So sieht das aus. Es war alles in meinem Team drin. Also ich habe nichts gezahlt. 0,0. Das heißt, wir geben den Lachs hier mal ab. Ciao, Bella, ciao, Bella. Ciao, ciao, ciao. Also, Jungs. Wünscht mir bitte viel, viel Peckluck. Diejenigen, die seit Stream Nummer 1 dabei sind, wissen, ich habe bis jetzt nichts. absolut gar nichts gezogen. Und heute ist es an der Zeit, dass ich einen Delikt oder einen Dejon ziehe. Aber den wichtigen Dejon. Ich würde sagen, EA, ich lasse mich nicht mehr verarschen von dir. Das war's. 3 1 2 0 Digga, ganz ehrlich, patent hin oder her. Was ist diese Scheiße? Ich check das einfach nicht. Ich check einfach nicht, was EA gegen mich hat. Falls das jemand sieht von EA. Falls dieses Video gerade von jemandem aus EA gesehen wird. Könnt ihr euch bitte mal bei mir melden und sagen, warum ich nur so eine Scheiße ziehe? Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Ich verstehe es einfach. Ich habe euch was getan. Außer Geld in das Spiel zu pumpen. Habe ich euch was getan, außer Spaß an diesem Spiel zu haben? Nichts. Nichts. Ich wollte Dejon, aber den anderen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Jungs. Kann man sich ändern. Ja, tu deinen Daumen runter. Tu deinen Daumen runter. Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ja. Es kommt eine kleine Challenge an den Libo Squad. Mal gucken, ob wir die 150 Daumen knacken können. Wäre auf jeden Fall richtig nice von euch. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Jungs. Ich konnte leider EA wieder nicht austricksen. Ich konnte leider wieder kein Pecklack haben. Was soll's beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.